Musik Einer der ganz großen und unterhaltsamen deutschen Autoren ist der, sagen wir, der letzten 400 Jahre, was große Autoren betrifft, ein Granitstein. Musik Was am besten war, das war, dass wir auch immer im Widerspruch gelebt haben. Aber in einem Widerspruch, der interessant war, spannend war. Als ein großer Sohn dieser Stadt. Wir haben hier anlässlich des 100. Geburtstags die zweite internationale Konferenz. Wir verleihen heute zum dritten Mal den Internationalen Stefan-Hein-Preis der Stadt Kärnens. Applaus Aber auf jeden paar Unterschiede, was Sie sind in der protected number. Er IRER